Sie können sich nicht mehr wie früher bewegen? Schmerzen halten Sie davon ab? Jetzt können Sie Ihren Körper wieder in Bewegung bringen mit Bipedaler, dem einfachen Weg zu einem gesunderen, glücklicheren, längeren Leben. Von Ihrem Lieblingsstuhl zu Hause aus. Mit diesem einzigartigen Fahrrad mit Zweifachwirkung können Sie Arme und Beine gleichzeitig trainieren, dabei auf irgendeinem Stuhl sitzen. Und Bipedaler passt sich leicht an die für Sie bequemste Position an. Praktische Schrauben kontrollieren die Spannung je nach gewünschter Workoutstufe. Bald fühlen Sie sich besser, energiegeladener. Erleben wieder den aktiven Lebensstil, den Sie früher genossen haben. Ich empfehle allen meinen Patienten wenigstens etwas körperliche Aktivität. Mit Bipedaler kann man einfach praktisch Kraft, Flexibilität, die Energie, die man hat, verbessern. Das Geheimnis eines längeren, gesünderen Lebens ist Bewegung. Bipedaler ist speziell dafür konstruiert. Die kontinuierliche, flüssige Bewegung bietet schonenden Workout für Arme und Beine, belastet die Gelenke weniger als Laufen oder sogar Gehen. Selbst Ihr Rumpf wird gestärkt, da Sie beim Treten in die Pedale in der richtigen Position gehalten werden. Ist also ideal für Übergewichtige, für die, die mit Arthritis kämpfen, Schmerzen haben oder sogar die, die einfach nicht mehr so fit sind wie früher. Selbst wenn Sie Anfänger sind oder jahrelang nicht trainiert haben, werden Sie Bipedaler sehr einfach zu benutzen, viel weniger ermüdend als andere Workout-Arten finden. Bald können Sie wie früher Treppen steigen, Wanderungen durch die Natur leicht durchhalten oder mit den Enkeln spielen. Selbst Aufgaben, die einmal einfach waren, wie Lebensmitteltrag oder nach einem Glas greifen, werden wieder einfach sein. Bipedaler ist eine hochwertige Entwicklung für jahrelangen Gebrauch gebaut. Dazu leicht tragbar, lässt sich einfach unter dem Bett oder im Schrank verstauen, sekundenschnell wieder aufbauen. Aber warten Sie! Holen Sie sich dieses steilische Silbermagnetarmband völlig gratis. So konzipiert, dass das natürliche elektromagnetische Gefühl des Körpers angeregt wird, um Spannung und Stress abzubauen. Damit Sie sich energiegeladener fühlen. Gratis! Holen Sie sich Bipedaler plus gratis Magnetarmband. Beginnen Sie sich wieder gesund, fit zu strampeln. Heute!